peace mein freund und herzlich willkommen zu neuen hier auf meinem kanal ich gebrauch mal desktop audio so heute ein neues format ich hoffe er hört mich gut genug das neue format ist kx kx ich bin auch nicht so gut aber ich mag die die parkingaren strecke sehr zu laut wie immer der steve 0 ton gefühlt also ich bin noch nicht so gut in diesem game das habe ich jetzt schon mal vor acht ihr könnt gerne auch spielen steht im titel ist der spielnahme das kostet 15 euro und ich bin direkt gefällt dass ich statt neu also das dreht eigentlich automatisch irgendwann aber ich möchte eine neue topzeit jetzt eigentlich und so erreiche ich die ganz sicher nicht indem ich mich auf den kolb stelle und sehr easy ist wirklich nicht leute das kann ich euch schon mal sagen es ist nicht easy den spiel heiligen machen ich hoffe euch gefällt dieses neue format ich möchte mich auf außenspiele rp spieler mich darauf konzentrieren heißt es kommt jetzt auch ein racing spiel dazu wahrscheinlich wird es das das racing spiel wo wir haben hat er zieht mehr weg vom steuer rp spieler ich muss noch alles einstellen eigentlich so wie es möchte weil das habe ich mal nicht ich wollte es eigentlich zocken nur bis jetzt was ihr könnt gerne auch andere videos von anderen youtubeern angucken dazu und das sieht wirklich richtig geil aus finde ich dazu zu gucken ich bin vor allem bei den leuten die das können und smooth sind also die wirklich hier am laufenden zaun am laufenden meter so eng hier sind und ich und nicht crashen wie ich und ich hab glaube ich gleich ein rekord schon naaa ne ne bei keiner scheiße scheiße also das kostet mega viel zeit auf jeden fall aber es macht mega spaß könnt ihr auch gerne mal zocken nein neun tausend oder neun tausend ich will die 12000 gold ach das haben die gemacht geht auch das geht nicht ach man ich dachte ich kann das game austritt trotzdem sehr gut an bin zufrieden mit meiner leistung 116 1000 neues neues ich bin noch mal eine runde auf dem ich tue kauf jetzt erst mal die map lernen weil in der bin ich ganz gut weil ihr seht es gibt viele was und ich habe keine mods bis jetzt bis jetzt warte ihr kennt mich bis jetzt so so bin ready 12.000 will ich ach so jetzt kommt es rein davor dann bin ich zum glück mit so abgetreten also wir können auch in diesem game natürlich challenges machen nicht einfach nur rumtriften challenges kann man natürlich auch machen ich hasse es wenn dieses auto da noch dabei ist trotzdem ich versuche jetzt einfach nur die punktzahl und wichtig zeit geht es mal nur auf die punktzahl ein bisschen langsamer die sache angehen dass die bisschen langsamer dass du nicht übersteuert genauso wie jetzt also das auto nicht mehr kontrollieren kannst du steve schaust du steve heilige machine geht er ab also mit dem bmw kann ich bis jetzt am besten ich habe noch kein anderes auto rentesse wenn ich ehrlich bin das video ist an karte weil ja einfach ja weil da immer eine fehl sind sollt wir können dann türk auch feils aufmachen best of fails von der steve da haben wir ja ein video schon 20 30 milliarden minuten schon aber spiel test ist wirklich mal selber es kostet zwar leider aber test ist man selber weil es wirklich ziemlich schwer guten trifft hinzulegen und die zeit juckt mich nicht deswegen lasse ich meinen anderen waren das hat durchziehen ein das bestes 12.000 wird es nicht mehr aber ok trotzdem neues bestzeit kein bestzeit ach man denn da weil ich da gecrasht jetzt bin trotzdem 10.000 glaube ich warnt jetzt ähm sehr gut eigentlich wie viel haben wir denn jetzt wo steht's wo steht's bin grad blind und das ignorierte ich hab multiplier noch eingestellt weil ich muss ich ja nicht so feuer bei den gehen gefühlt erst mal ein spielen und das üben man mal die märz ja das ist die neue karriere auf den knall genau davon versuch ein bis drei videos in der woche aufzuproduzieren aber berlin vor zwei darf nicht mehr fehlen das autobahn training von berlin das dauert länger weil die tonaufnahmen fehlen es hat nicht den ton aufgenommen wie ich geredet habe und das problem heißt ich muss es irgendwie selber reinreden und extrem schneiden auf 20 er auf zehn minuten oder so weil das video geht 40 minuten das tränen und in dem training bleiben natürlich drin weil ich hatte sehr viele fans weil es waren außergewöhnliches training für mich einfach wirklich for real weil ich 1 nicht zugehört habe und zwei ich bin nämlich in einem anderen auto mit eingestiegen der profi das war für die familie ein cringe trotzdem konnte ich ein gutes screenshot machen wenn man die vorteil daraus sind dass die flesseln also meine dummheit hat sich in dem video auf jeden fall bewiesen ähm gebe ich auch wirklich frei weiter meine dummheit in dem video oh mann der war so gut aber die runde ist jetzt schon schlecht weil 6.000 die runde wird nichts mehr war ich nehme das geld noch gerne mit würde ich mal sagen also fach jetzt schleunigst rein ähm 96.000 lohnt der oha 6 million 6,1 geknackt let's go der steve äh 5 millionen startgeld glaube ich weiß ich gerade nicht ich weiß nicht ob es wegen dem deal sie ist oder keine ahnung schon ein geiles ding finde ich wirklich ein hotes ding was sagt ihr dazu ja auf jeden fall hot sollen wir noch eine runde machen ja leute wir machen noch eine runde eine runde geht noch eine runde geht jetzt möchte ich nur um spaß nichts besser als spaß aber spaß habe ich eigentlich jede ganze zeit in dem spiel es macht spiel macht mega bock finde ich finde ich also ich weiß nicht wie es ihr findet auch gott und wer das video bis hierhin geguckt hat hashtag neues format in die kommentare packen hoffentlich ist die musik nicht so laut das sehe ich dann erst danach mal gucken wie das auch noch ankommt ein screenshot aufnehmen stimmen wir ja okay die runde nehmen wir zum screenshot aufnehmen ein voll 5.000 hier schon das schlecht fällt mir gerade auf keine ahnung ist es auf jeden fall tun wir gleich ein screenshot aufnehmen kann man hier foto modus tatsächlich Kann ich irgendein Beruf fahren? Nee. Dann fahr' mir mal ein bisschen zurück, Leute, damit ich ein schönes Foto aufpacken kann. Foto mal ist so. Das sieht doch mega aus, oder? Also ich will das eigentlich so ein bisschen. So, seht ihr das? Die Autos sind jetzt so synchron bisher. Ähm, das meine ich halt, Foto schießen. Wohl, wir machen noch bisschen den. Na, höher lassen wir so tief angehen. So, ne bisschen Erneigung. Saß. Bitte warten. Aber wo kommt das Foto hin? Ach so. So. Slow for's Foto. Ja, ich guck nachher mal, wo das Foto hin kommt. Wenn ich einen schießt, dann muss ich halt nach dem Video nochmal eins machen. Ähm, fahr' mal hier rein. 7000, besser als vorhin auf jeden Fall. Kann man sich also nicht beschwören, heißt es wären ca. 100.000, glaube ich. Weil die Zeit sieht auch noch ganz gut aus. Aber die Kurve kann, ich sag, ich sag, ich kann hier ein Fail komplett. Der Steve muss groß. Was? Rein in die Eure. Ähm, das war's mit dem Video jetzt. Hab noch, schönen Tag. Was? 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 Was?